Es ist so ein kleiner Kindheitstraum, im Blaulichtauto zu sitzen. Ein Leben zu retten, macht absolut Sinn. Das lohnt sich. Also ich fühle mich in meinem Job wohl, weil ich meine Zeit einfach frei einteilen kann. Geld ist nicht alles, aber es ist schon wichtig. Ja, wenn es ums Geld geht, ist es tatsächlich so, dass man ein bisschen Abstriche machen muss im Vergleich zur Sterne-Gastronomie. Wenn man das ganz fair durchrechnet, also auf die Stunde gebrochen, verdient man eigentlich genauso viel und hat dafür dann die doppelte freie Zeit. Dann kam die Abrechnung und ich habe gesehen, wow, ich verdiene hier auf 30 Stunden mehr als vorher bei dem privaten Träger im Westen bei einer 40-Stunden-Stelle. Ich für meinen Teil finde mich bei den Johannitern gut bezahlt. Mit Menschen zu arbeiten, das ist einfach wunderbar. Und gerade das Lächeln von den Patienten zu sehen, wenn man sie gerade nach Hause gefahren hat, ist dann schon ein sehr schönes Gefühl. Jetzt koche ich bei den Johannitern keinen Stern mehr, ganz viele Kinder und das macht aber genauso viel Spaß quasi dann oder vielleicht sogar noch mehr zu sehen, dass die Kinder glücklich sind. Man kriegt sogar von den Eltern Feedback, also das ist wirklich wunderbar.